und willkommen zurück kurze zusammenfassung wir haben alle drei prüfungen bestanden und jetzt wurde elaine von lechak entführt jetzt müssen wir uns eine mannschaft organisieren und ein schiff hier bauen wir noch nicht aber es sieht nach hafen aus ich bin Stan von Stan's previously owned vessels and I stand on my head to make you a deal what sort of craft are you looking for big fast slow you want it I got it and if I don't got it I'll get it I want to make you a deal that you're happy with because if you're not happy I'm not happy but I know you're gonna leave here happy today how do I know just look at all these ships I've got something for everyone come take a look around so tell me what are you interested in looking at today let me see the best ship you've got hey it's nice to meet a man who appreciates quality I've got just the boat for you walk this way now this this is a ship fit for a king I mean we're talking 15 staterooms a fireplace in every one we're talking two pools one indoor one outdoor we're talking rotating ballroom we're talking heated crow's nest we're talking 200 feet of ocean going decadence and all for one low price speaking of price speaking of price let's talk about money your money all I have is this rubber chicken is it one of those rubber chickens with a pulley in the middle I already got one of those you wouldn't happen to have any other means of finance would you actually I was hoping to get one on credit sorry kid neither a borrower nor a lender be that's just old Stan's philosophy if you've got a job the storekeeper in town might extend you some credit then we have something to talk about unless of course you've already got some other means of financing money is no object well it is with me how much you got well no more than 174 pieces of eight I think we must be talking about completely different ships here you've obviously been out of the ship market for quite some time I doubt you're carrying enough cash on you for this transaction you wouldn't happen to have any other means of finance would you on second thought this may not be the ship for me of course it isn't you're looking for a much bigger boat I can tell so what else can I show you I don't really have that much to spend have no fear every ship I sell is a bargain but if you're looking for a real steel I've got just the boat for you walk this way this here is the famous Sea Monkey the only ship ever to make it to Monkey Island and come back with anyone aboard left alive or should I say anything you see the previous owners of the ship were two adventurous pirates they set off like many before to find the legendary secret of Monkey Island and like many before they disappeared forever their fate a mystery almost as mysterious as how this ship returned to Melee Island without a single human aboard some claim it was sailed back by a crew of chimps chimps there aren't any chimps in the Caribbean oh shut up it makes a good story what the ship is now what's going on now this baby is mine now that is until someone makes me an offer just how much were you looking to spend today Und was haben wir nicht? Okay, aber ich sage Ihnen, ich habe ein Gefühl, Sie werden hier heute mit einem neuen, bereits gewonnenen Vessel. Also, was kann ich Ihnen noch zeigen? Actually, ich würde gerne denken über es etwas mehr. Ja, klar, klar, ich denke es nicht. Ich will nicht, dass Sie sich nicht zufrieden fühlen. Tschüss jetzt! Ich habe es vergessen, dass ich dir meine Karte gebe. Und hier ist etwas anderes, dass ich mich bei erinnern habe. Ein Kompass? Ein extra-strong-magnetic Kompass. Mit deinem Bild auf es? Das ist richtig. Es kommt immer direkt zurück hier. Also, wenn du eine gute Idee hast, wirst du wo du gehen. Ich werde gleich hier, wenn du zurückkommst. Aber ich kann nicht garantieren, dass diese Karte wird. Right. Sie sind schnell zu gehen. Ja, siree. Ich kann gar nicht alles in stocken. Er wird zurück. Was gibt es hier hinten noch? Es gibt keine Antwort. Nein, nicht. Geht es hier oben noch lange? Vielleicht hilft die Schwertmeisterin? Dann muss das lange laufen. Dann muss das lange laufen. Dann muss das lange laufen. Du hast bereits das T-Shirt. Was willst du jetzt? Die Gouverneuren. Die Gouverneuren hat sich getötet. Was? Das ist schrecklich. Oh nein. Das sieht schlecht aus. Sehr schlecht aus. Ich habe eine船 und eine Crew zusammen, um sie zu retten. Ich habe das Gefühl, dass ich das schrecklich sein werde. Aber schreibe mich in. Ich werde dich am Doktor treffen. Schön. Das erste Crewmitglied haben wir. Das ist schrecklich. Ich werde dich einig. Ich werde dich einig. Ich werde dich einig. Having just returned from Melee, LeChuck and his crew find their old hiding place in the underground rivers of Monkey Island and drop anchor. Captain, sir. I just stopped by to congratulate you on your kidnapping mission. Oh, where are they at the end of the day? Oh, where are they at the end of the day? Never felt better. And how fares our prisoner? Ah, yes, the prisoner. We had a little... trouble. Trouble! N-n-n-n-nothing to worry about, sir. Everything's under control. She escaped a few times, but we've got her locked up in the brig. No one's getting in or out of there. For your sake, I hope not. With years of planning almost destroyed by my death, I'm not taking any chances now. You took care of Mr. Threepwood, then? Guidebrush Threepwood will not be a problem. At this very moment, he's 20 feet underwater. Probably bloated up like a fattened pig. His eyes being eaten out by crabs. Fish pecking at his fingers. Kinda makes you wish you were there to watch. Ah, yes, sir. Ugh. Sure does it that. Now, go check on the route. Make sure it's locked up tight. Aye, aye, Captain. Sooo, here oben, where we're at, we're at the island. I think it could support my weight. Hmm. I think it could support my weight. It's just like the one on the other side. Passt auch die Gummirolle ganz gut dazu. Hm. Ach, das ist wirklich ein Hook Island. Wir sind gleich im ehrlichen Fall mit der Tür ins Haus. Der Gouverneur hat gebrochen. Was? Das ist preposterös. Oh, wirklich? Schau mal an diese Noten, die sie gelegt haben. Oh nein. Das ist schrecklich. Was werden wir tun? Das ist meine Crew. Wir können eine Crew zusammenbauen und nachdenken. Was ist eine Idee? Wenn wir nur einen Captain haben. Was ist mir? Ha! Du? Ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Oh! Ha ha ha! Ha 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 ha! Oh, ho ho ho! Ah! Ha 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 ha! Das ist eine gute Frage. Hey, ich bin ernsthaft. Wirklich? Wirklich. Okay, wir sehen uns, dass du es tun hast. Gehen hierher. Es gibt etwas in hier, das ich dir will, etwas Schreckliches. Etwas so Schreckliches, dass ich in der Nacht warte, nur darüber zu denken. Aber ich weiß nicht, dass dich schrecklich. Ich bin sicher, ein großartiger Mensch wie dich, wird kein Problem facing dieses Monster. Es ist viel kleiner als die Beasts, die meine Hand so viele Jahre vorhin. Ich hoffe, dass du schneller als ich war. Oh! Ich habe gerade etwas gehört. Ich habe noch nie gehört. Ich habe ihn nicht zu vermitteln. Ha! 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 Ist das alles? Okay, go ahead. If you've got the guts.